Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Feed the Beast Unleashed. Ich hoffe, besser EP und Anonymous zusammen in einer coolen Minecraft-Welt. Gemeinsam. Gemeinsam einsam in Feed the Beast. Und ich habe hier gerade festgestellt, dass mein ganzes Haus verwandt ist. Ja, also für Leute, die das wissen möchten, wie ein Haus denn so verwandt werden kann, guck doch einfach mal in dem Stream, äh, in dem Stream sag ich, in dem letzten Video vorbei. In der letzten, also in der Folge vom letzten Mal. Und zwar an meine Sicht. Da könnt ihr dann mal sehen, wie so ein richtig schönes Haus einfach mal richtig fett verranzt wird. Können Sie erstmal die alle finden? Da kann selbst die NSA sich noch was abgucken. So. Da ist noch irgendwo eins. Ja, die hängen wirklich überall an. Viel Spaß. Und bis, bis du die, ich glaube, ich glaube, letztes Mal haben wir auch noch ein, 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 zwei Rangang. Das heißt, ich glaube, sonst sind eigentlich, sind das zehn oder sind das elf, zwölf mittlerweile? Sind die alle außen oder auch welche? Äh, alle in der. Nee, die sind alle drin. Alle drin. Bis auf zwei. Ich glaube, es hat aufgehört. Nee, da ist noch eins. Boah, ich bin zu schwarz, ey. Jetzt hat es aufgehört, ich hör nichts mehr. Ah, hier oben ist noch. Da ist noch eins. Wo war das? Okay, ach da. Was soll? Noch irgendwo eins. Oder nicht? Hast du noch eins versteckt irgendwo? Oh, I like to make myself believe on the planet Earth. Hast du echt noch eins versteckt? Also im Sinne von irgendwas weggebaut oder nach unten gebaut? Oh, das wäre so awesome gewesen. Das wäre voll assig. Das findet man ja nie. Ja, das findet man echt nie. Da müsste ich das ganze Haus nochmal abbauen. Echt nochmal niederbrennen, ja. Mach ich demnächst mal irgendwann. Oh, ich hab... Nein, das ist aber gemein. Oh, ich hab... Oh, ich glaub, jetzt hab ich... Das hab ich... Das hab ich... Gesser gesehen, hatte eine YouTuberin auch. Und dann hat sie auch so ein Haus gebaut. So eine schöne Winterhütte, so eine schöne Skihütte halt, ne? Ähm, und erst mal, erste Idee, dann baut sie sich natürlich einen kleinen Kamin rein. In so eine schöne Blockhütte. Und dann alles abgebrannt. Ja, alles... Vor allem, was sie dann kurz draußen wieder neues Holz fällen, kam wieder, die ganze Hütte steht in Flammen und sie nur... Nein! Oh Mann, so traurig. Gut. Den kreativen Mund nachgebaut. Und nochmal, ne? Neu von wegen, so neu gemacht, so. Und dann wieder. Ja, und jetzt, äh... Oh, guck mal, wir müssen nochmal hier ein bisschen was berätigen und dann haben die halt... Hat sie halt ne Mod drauf. Magst du, bist im Bett? Ja, ich bin im Bett. Bist du wahrscheinlich doof? Ich war auch im Bett. Achso. Ähm, auf jeden Fall hat sie dir den Mod drauf, dass du... Wenn du einen Baum unten abfällst, dann geht der ganze Baum halt kaputt. Das ist die Timber-Mod. Timber-Mod. Ganz genau. Richtig geil. Dann hat sie halt diese Blockhütte... Oh, hier ist ein gelber Schmetterling. Mit Holz an den... an den Ecken. Oh, Schmetterling. Hier ist das Glit bei deiner Bienenhütte. Das ist der Hölle. Ja. Auf jeden Fall auch so mit Holz an den Ecken. Und dann oben halt auch das ganze Dach aus diesen Holzstämmen. Das heißt, sie baut hier unten, wollte sie ne Ecke korrigieren, hauht den weg und das ganze Dach fluppt weg. Oh nein. Oh Mann. Oh, ist sie doof. Achso gemein. Ja, das... das hat sie ja nicht gecheckt irgendwie, das war so ein bisschen so von wegen... Oh nein. Aber das... Wo ist der Schmetterling? Der Schmetterling? Die Schmetterling fliegen hier überall rum. Ich weiß auch nicht, wo Tore die sind. Ich hab aber bis jetzt auch noch keinen gesehen. Ich glaub, der hat irgendwas... genommen. Aber auch Vorsicht, da greifst du was ran. Ach, ich hab doch mal. Da mach'n Skelett. Määh. 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 Creeper kommen ja jetzt hier nicht mehr hin, deswegen hab' ich ja die Katzen. Meine Katzen. Guck dir sie an. Die sind nicht süß. Alle. Katzen. 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 Hallo Katze. Drei Stück. Ja, ja. So. Hier oben hat Max übrigens ein paar Bäumchen gepflanzt. Mit blauen Blättern. Mit blauen Blättern. Mit blauen Blättern. Und was machen die blauen Blätter da? Nicht, nicht fallen. Die sehen gut aus. Die passen doch auch zu deinem Aufgang hier so. Nein. Die möchte ich da jetzt nicht mehr haben. Ich find das passt. Ja, ich finde den hier ganz nice, würd ich sagen. Hier den hier. Ja, das ist, das ist auch, ähm, kann ich mal kurz nachgucken, was für Kreuzung das ist? Ah ne, kann ich wahrscheinlich nicht. Ich kann nachgucken, was für ein Baum das ist. Wie der heißt. Das ist ein Mundan Large Sapling. Large Wood Planks. Waaah. Hat das folgende Eigenschaften? Bla bla bla, nicht wichtig. Eindeffekte. Woh? Wächst bei Licht. War einfach. Kann ich gar nicht sehen? Nee, kann ich schon gar nicht. Okay, schade. Kann ich gar nicht sehen, was das ist. Oh. No, no. Ach ja, doch. Hatte ich ein bisschen gekauft. Oh, ich wüsste gerade mal ein bisschen mit dem Spiel und so. Ja, den prägt nicht und den Schmerz nehmen. Ich hab mir richtig falsch gelegen heute Nacht. Echt? Falsch gelegen. Oh, die Saptings von Dating wie geil aus, mit diesem blauen Baum. Mundane Large Saptings. Wie glaubst du das? Ich mach hier die unterste Etageblätter weg. Hm, klasse. Hab ich mir's überlegt hier? Wird das noch gleich? Die Axt kaputt von Sinus? Naja, Junge. Du bist weg. Du bist weg. Du bist weg. Du bist weg. Ja, bin ich besser. Upsdi, Upsdi, Upsdata, Upsdata. Der Musik ist richtig geil. Hä? Ich hab ne CD gefunden und da ist die Musik geil. Genieße ich jetzt gerade. Laut Lounge. So. Ja ne, jetzt sieht's kacke aus. Jetzt muss ich ihn doch weg machen im Baum. Ich hab ihn, ich hab ihn verkrüppelt. Was? Also hier hab ich zwei Schafe im Übrigen, das sind die Schafe aus dem Twilight Forest. Ich hatte ja auch die Wölfe aus dem Twilight Forest erst hier drin, aber die sind e-spawn. Wo ist denn die Schafe, die Schafe? Das einzige Problem ist halt, die haben kein Gras hier unten, deswegen muss ich die bei Gelegenheit nochmal rausfangen. Oh ne. Irgendwo drin oder was? Die sind hier ja da, wo die... Weißer Pinguinen? Da, da wo früher mal der... Das, äh, Seed Oil gelagert wurde, da sind die drin. Oh ja, ach da unten. Mit diesem Speedpack, ne? Schon nach da. Sind noch eins, zwei? Im Hause? Ne, sind zwei. Oh ja. Oh nein, nein, alle macht die Tür so! Wow. Echt? Sieht eigentlich ganz gut aus, muss ich sagen. So mit diesen Fahnen noch auf dem Boden, was ist denn das? Was? So, Fahnen, das, das ist Fahnen. Der Fackel hinter dem Dings. Fahnen ist Fahnen. Und du kannst natürlich auch noch hier unter dem Wassertank einen rein... ...sitzen, ne? Oder willst du? Puh, das ist irgendwie echt cool mit dem... Hier sind noch Leitung gelegen. Da kommt ne Leitung raus. Was sieht cool aus? Weiß nicht, das Gehege sieht cool aus. Da gegenüber sind die Pinguine und dann hier sind noch die. Haben wir so ne kleine Höhle. Ja, Rantirurg hätten wir echt mal, glaub ich, das so bauen sollen. Ja, auf jeden Fall. Das ist nicht so verteilt. Obwohl das hier halt sich eigentlich auch nicht schlecht macht, find ich. Apropos, ich habe, ähm... Hat irgendjemand mal ne Melonenplantage oder sowas hinten hinter den Dschungel versucht? Ja. Äh... Ja? Ah, du warst das. Hier warst du das? Ich war das. Wir haben jetzt ein Fragendes Jahr. Aber die, die wachsen da nicht, weil der Chunk nie aktiviert ist. Ne, weil, weil ich, ich flog hier so letztens drüber und seh nur... Hm. Hm. Letzte Hölle. Was der Hölle. Hat er jetzt auch sogar in der Aufnahme davon erzählt, oder? Das ist auch so... Hab ich im Stream gemacht, glaub ich. Ah, Stream war das. Oh, ich hab die Zeit gar nicht gestoppt. Ja, ich aber. Wieso? Ich zieh ein halber Baum. Was? What the fuck? Hier fehlt Holz. Lass das mal weg. Irgendwie, ich find, der Hecke reicht das so, irgendwie. Find ich. Hecking! Hecking! Und hier fliegt auch ein Baum. Macht das auch schon Tore. Fair Planet Earth, turn slowly. Oh oh. Immer wenn man diese Bäume nicht ganz abfällt hier. Wir können ja die Timber-Mod noch installieren. Verrat. Aber ich find, die Timber-Mod ist schon zu sehr cheating. Ja, Timber-Mod ist vor allem so, wenn du jetzt hier unten bei deinem Baum, ne, bei deinem Haus irgendwie eine Ecke abreißen willst, weil du was umbauen willst, dann ist das ganze Haus erstmal gleich weg. Und ich find das auch zu sehr cheating, also das ist ja... Werden da Planks auch mit abgerissen oder was? Nein. Nur die Stämme halt, aber trotzdem. Stämme. Alle verbundenen Stämme. Alle, die da über sind und da mit dem, da über verbunden sind. Nur, nur die Stämme. Das heißt einfach, da haben wir das ganze Grundgerüst weg. Na dann. Aber nee, ich mach kein Gehege unten bei den, beim Tank rein, weil das ist ja der Lava-Tank. Ja, ja, ja. Echt? Mhm. Weiß nicht, ich find das irgendwie cool mit der Hecke, ich lass das so. Stimmt, damit kann ich ja jetzt eigentlich schon mal anfangen. Bei dem Lava-Tank? Ja. Machen wir Lava-Energie und so Kram? Klar, warum nicht? Ja, warum nicht? Ja, warum nicht? Das ist... Eigentlich hätte ich die beste Energiequelle. Na ja, mit Solar haben wir jetzt auch keine Probleme, ne? Ja, gut, aber klar, man kann's ja mal ausprobieren. Apropos, was ich noch erzählen möchte, oder was ich zeigen möchte, das hab ich im... Weiß ich gar nicht, hab ich das Offscreen gemacht oder im Screen? Das hast du im Screen gemacht. Im Screen. Im Screen. Weil... Das geht jetzt nicht nur bis dahin, wo... Also bis ins Lagersystem, der Strom von hier. Denn der geht auch... Hier lang... Maxi! Ich habe die Hälfte unserer Diamanten verbraucht. Ich glaub... Warum? Für? Für ein Kabel. Für ein Kabel. Für ein Glasfaserkabel. Für ein Glasfaserkabel von der Tore Factory zu meinem Bienenhaus. Okay. Oha... Nun ja, gut. Aber wir haben ja noch den Quarry und wenn wir den Quarry... Ja, mein Gott, die Diamanten bringen ja nix, wenn sie da rumliegen im Lager. Ne, vor allem, ich mein, ich hab jetzt auch noch selber elf Diamanten oder sowas im Inventar und werd die einfach nicht los, weil ich... So, und dann kommt das nämlich hier raus. Und... Geht da weiter in der Erde. In der Erde. Und dann läuft das nämlich hier lang. Hier lang. Dann geht das hier oben drunter. Dann geht das hier oben wieder raus. Und das befeuert dann quasi mein... äh... My Water... Oder hier... Weather Collector. Der halt Energie braucht. Und... Mir dann Wasser einfängt. Das ich für... Den einen Carpenter brauch. Ist aber jetzt voll und das steht auch im... Im... Im Schlauch drin, hätte ich mal gesagt. Hier. Im Schlauch. Ist ein bisschen doof, aber naja, so ist das halt. Und hier ist Seed Oil natürlich drin, ne? Und jetzt weg. Ich will das nicht. So. Jo. So sieht's aus, liebe Freunde. So sieht's aus. So sieht's aus. Will irgendjemand mein Haus mieten? Ich bin so schlecht am Dekorieren, Mann. Warte mal. Und das miete ich dann, um es zu dekorieren, oder was? Um es einzurichten, damit es hübsch aussieht. Aber... Ich kann das jetzt mal so als Challenge nehmen. Ich nehm mir einfach vor, das Haus möglichst geil einzurichten. Weil ich's halt nicht so gut kann. Mötterling. Um es zu lernen. Mötterling. Was heißt Mötterling? Mötterling. 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 Ich wollte mal noch ne zweite Default-Kiste einsetzen. Das hab ich noch nicht gemacht. Im Endeffekt... Kann man... Das hab ich... Gehört. Von einem gewissen... Don Conny. Mhm. Dass das Lagesystem ja auch nicht Nonplusultra ist, ne? Du musst nämlich eigentlich keine... Du musst eigentlich musst du nur... Nur Default-Kisten haben. Ja, du brauchst ja gar nicht sortieren. Ne, du brauchst gar nicht sortieren. Ja klar, weil du ja drauf zugreifst. Ja, eben. Er ist ja doch nicht mehr so blöd, wie er aussieht. Ach, da ist noch mal was zu sagen. Oh, hier ist auch ein Schmetterling. Oh, wir sind mega viele Schmetterling unterwegs. Oh man, ich will jetzt auch mal Schmetterlinge sehen. Und mein Rücken knapp zu heftig. Vielleicht hat man's sogar gehört gerade. Okay, der Schmetterling ist wieder weg. Das Problem hast du einmal aus den Augen... Frito... und tot. Nein, das Problem ist... Du hast es einmal aus den Augen verloren, sind die weg. Dann ist es echt so... Hä? Wir sind doch gerade hier in dem Gebiet hier und jetzt nicht mehr. Ist genau so, Anne. Kannst es halt immer noch am besten. I'd like to meet myself, believe, where planet Earth starts. Bloodwood Planks. Bis außen kriegen wir noch einen Strike neben dir. Hier, fire-resistant planks habe ich jetzt übrigens. Was? 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 Ach ja. Deswegen kriegst du ja keine Strikes. Ja, die aus dem Bloodwood, ne? Genau. Wollte grad sagen, weil daraus kann man tatsächlich Häuser bauen und ein Lagerfeuer drin machen. Aber die Frage ist, ob man die auch umfärben kann. Nein. Weil sonst hast du ja nur so knallrote Blöcke. Dann hast du halt knallrote Blöcke. So ein knallrotes Haus halt. Sieht ein bisschen Panem aus. Die Tribute von Panem. Hast du den neuen Film schon gesehen? Nein. Hast du den gesehen? Ja. Und? Ist er gut? Warst du im Kino? Also viel besser als der erste Teil. Viel geiler. Er soll auch viel geiler sein. Ja. Aber ich will ihn noch sehen. Er wachsen, ne? Ja. Ja? Ja. Was ist? Andere waren ja mehr so ein Kinderfilming. Ja, aber vor allem ist die Story ein bisschen ähm... Ich finde, ganz ehrlich, ich fand schon am ersten Teil die Story einfach geil. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde die Story ja nicht ganz interessant. Das ganze, was dahinter ist und so. Ja. Irgendwann sprechen. Ganz schick. Hast du ein kleiner Enderman? Ganz einfach. Kannst adoptieren. Creeper eigentlich ist das scheinbar echt schon fern hier, ne? Oh nein. Ein Creeper Slime. Da sind zwei kleine Enderman. Soll ich mich mit denen anlegen? Oh oh. Zu spät. Von meinen Katzis halten die sich fern. Ist auch besser so. Man hätte natürlich auch so ein Gerät basteln können, womit alle Monster weggedingst werden. Ja, kannst ja auch Geräte basteln, damit es nicht mehr regnet. Oh. Welcher Witzbold war das hier? Was denn? Na, mit den roten Balken auf meinen Melonen. Anonymos. Ich wollte gerade sagen, dass es keine meine gewesen sei. Wieso brauchst du da rote Balken drüber? Insur Balken. Ganz klar. Also, also ganz ehrlich, mit dem Standard-Texture-Pack sieht das ein bisschen merkwürdig aus, das Blutrotplanken da. Sieht's auch. Die sehen so ein bisschen schwammig aus. Was ist noch einer? Ach da. Anderen, anderen. Auch hier viele Monster unterwegs hier. Oh oh. Fast tot. Ich hab grad vier Endermen getötet. Ich will zum Bienenhaus gehen, kommen erst mal drei Zombies entgegen. Das ist auch nicht, dass sie irgendwie so richtig spawnfreudig gehen gehen. Ja, das ist, weil wir alle drei in diesen Shanks sind. Das ist dann dreimal Monster spawn. Monster spawn. 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 Dreifacher Monster anspawn. Spawn. Hehehehe. Ah, ich hab vergessen Dirt zu holen. Mist, das wollt ich ja nicht. Wollt ihr zu kacken? Zu kacken. Spawn. Warum haben wir das überhaupt so gemacht, frage ich mich grad mit den Kisten zum Einsortieren. Ja, weiß ich nicht. Das ist wahrscheinlich Conny jetzt auch erst eingefallen, oder? Ja. Naja, was auch immer. Ich wollte gerade sagen, weil sich, glaube ich, selber hat das auch im Lagersystem, so wie ich gesehen habe. Ja, ja, er hat es auch so gemacht. Er hat das ja bei sich smarter gemacht, aber. Naja, das hätten ja auch mal die Zuschauer sagen können. Ich verstehe gerade. Dann könnte doch. Was sagt die Folge denn? Die Folge sagt, dass jetzt in diesem Moment zu Ende ist. Ganz genau. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Wie viel Bauplatz wir eigentlich haben? Also, vielen Dank fürs Zusehen und schaltet das nächste Mal wieder ein. Und sonst Livestream am Mittwoch, ach du Kacke. Von 18 bis 21 Uhr mit Minecraft Feed the Beast, mit mir, dem McFly und dem Korobai. Ich habe es beide schon wieder gemacht. Dieser McFly. Nein, ich habe es beide schon wieder gesagt. Er sagte mir zu Anfang, mit mir, dem Korobai und dem McFly. Weil hier so ein Korobai halt immer hören, mit dem Korobai-Gewies und war. Ja, das ist aber auch, wenn man so eine Formulierung... Ja gut, aber die Folge ist jetzt der Ende, darum müssen wir es ganz gut machen. Und darum sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, tschüss. Bis jetzt. Tschüss. Tschüss. Tschüss.